Willkommen zum heutigen Video. Heute sehen wir uns den American Tourister Sunside Spinner 68 an, einen erweiterbaren Koffer in der auffälligen Farbe Sunset Red. In diesem American Tourister Sunside Spinner 68 Test erfährst du, warum dieser Koffer der ideale Begleiter für deine nächsten Reisen sein kann. Also bleib dran, wenn du wissen willst, ob dieser Koffer deinen Erwartungen entspricht und welche besonderen Features er zu bieten hat. Auf den ersten Blick überzeugt der Sunside Spinner 68 durch sein modernes und farbenfrohes Design. Mit einem Gewicht von nur 3,7 Kilogramm und einem erweiterbaren Fassungsvermögen von 72,5 bis 83,5 Litern bietet er genügend Platz für alles, was du auf deinen Reisen brauchst. Das robuste Polypopylen-Material sorgt dafür, dass der Koffer nicht nur leicht, sondern auch widerstandsfähig ist. Die Doppelrollen ermöglichen ein leichtes und müheloses Manövrieren, selbst auf unebenen Oberflächen. Sicherheit ist ein weiterer Pluspunkt dieses Koffers. Das integrierte, versenkte TSA-Zahlenschloss schützt deine Wertsachen sicher vor unbefugtem Zugriff. Im Inneren des Koffers beeindruckt die durchdachte Organisation. Kreuzspanggurte in beiden Fächern, ein Trennpolster mit Reißverschluss und zusätzliche Taschen bieten ausreichend Möglichkeiten, deine Kleidung und kleinen Gegenstände gut zu verstauen und zu ordnen. Zusammengefasst ist der American Tourister Sunside Spinner 68 ein verlässlicher und stilvoller Reisebegleiter. Sein leichtes Gewicht, die großzügige Kapazität und die hervorragende Innenorganisation machen ihn perfekt für längere Reisen. Wer Wert auf Qualität, Design und Funktionalität legt, wird mit diesem Koffer definitiv zufrieden sein. In unserem American Tourister Sunside Spinner 68 Test hat dieser Koffer auf ganzer Linie überzeugt. Wenn du auf der Suche nach einem neuen Koffer bist, ist dieser definitiv eine Überlegung wert.